Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, eine neue Woche und eine neue Ausgabe von Blau-Weiß Interviewt und wir begrüßen unseren Offensivmann Florian Kahrt bei uns. Flo, schön, dass du es einrichten konntest und uns heute zur Verfügung stehst. Servus, ich freue mich sehr. Flo, dir ging es in der Vergangenheit körperlich ja nicht immer gut. Heute siehst du gut aus in guter körperlicher Verfassung. Also da die Frage, wie geht es dir aktuell? Bist du bereit für deine Premiere bei Blau-Weiß Interviewt? Ja, ich komme gerade frisch vom Training. Da tut einem schon immer noch das eine oder andere weh direkt danach. Aber generell würde ich schon sagen, dass ich in einer guten körperlichen Verfassung bin. Sehr schön. Super, dann kannst du ja losgehen. Flo, vielen Klubfans ist dein Name ja immer noch bekannt seit mehreren Jahren. Du hast ja bereits in der Saison 16, 17 war es. Hast du bei uns gespielt als Leihspieler. Was hast du für Erinnerungen an dein erstes Jahr bei uns beim FCM? Ja, zunächst mal sah das Stadion komplett anders aus, weil schönerweise immer Zuschauer da waren und auch immer recht viele Zuschauer da waren. Das war so das, was damals, wo ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, ihr müsst das einmal erlebt haben. Ihr müsst nach Magdeburg kommen in dieses Stadion und müsst euch mal ein Spiel anschauen. Ansonsten ist mir die Stadt und die Leute hier natürlich auch in guter Erinnerung geblieben. Man muss ja sagen, es war auch wirklich ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir sind ja am Ende Vierter gewesen. Kurzzeitig am letzten Spieltag sogar mal noch auf Relegationskurs. Von daher war das rundum wirklich eine feine Sache und hat mich in dem Jahr auch wahnsinnig viel weitergebracht. Von daher hatte ich wirklich nur ausschließlich positive Erinnerungen. Und ja, ich weiß noch, wie ich hierher gefahren bin beim zweiten Mal und habe mich einfach wahnsinnig gefreut, wieder die Brücke zu stehen. Willkommen in Magdeburg, die Brücke zu sehen und reinzufahren. Und ja, war ein schönes Gefühl, dann wieder hier zu sein. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Ja, auf dein zweites Willkommen hier beim 1. FC Magdeburg. Du bist zunächst erstmal aber zurückgegangen zum SC Freiburg in den Breisgau und hast dann in der Bundesliga Fuß fassen können. Was hat dir die Zeit beim FCM dafür gegeben, beziehungsweise wie konnte der FCM dir dafür weiterhelfen? Ja gut, zunächst konnte ich hier auf sehr hohem Niveau in der dritten Liga in einer wirklich sehr guten Mannschaft viel Erfahrung sammeln und mich über das Jahr hinweg weiterentwickeln, persönlich, körperlich, aber auch mein Spiel ein bisschen erweitern, weil in Freiburg ist ja viel mit dem Ball. Es wird einfach ein anderer Fußball ein bisschen gespielt wie hier und das war dann einfach eine neue Facette, die ich damals unter dem Herrn Hertel dazubekommen habe und konnte mich einfach in allen Bereichen nochmal ein Stück weit den Horizont erweitern und einfach auch verbessern und bin dann wirklich zurückgekommen nach Freiburg mit einem, ja, aber auf einem anderen Level einfach, einem neuen Standpunkt. Ich habe gesagt, jetzt bin ich hier, ich habe dritte Liga gespielt, ich möchte angreifen und will es nochmal wissen und bin dann da hin und wollte denen einfach zeigen, was ich hier in dem Jahr in Magdeburg gelernt habe, was ich mir hier, ja, dazu angeeignet habe und ja, das ist mir in dem ersten Jahr sehr gut gelungen. Da waren es am Ende dann, glaube ich, 25 Spiele. 24 Spiele? 24 Spiele, sehr gut recherchiert. 24 Spiele waren es, eins hatte ich schon aus dem Jahr davor in Berlin. Genau, und ja, das war eine Riesenzeit und das wäre ohne den FCM in der Form wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Was war das für ein Gefühl für dich, dann als fester Bestandteil eines Bundesliga-Teams regelmäßig spielen zu können? 24 Spiele in einer Saison ist ja wirklich nicht ohne. Ja, das ist dann wirklich eine Zahl, wo man sagt, der hat dazugehört. Der hat nicht mal ein, zwei Spiele gemacht und war so ein Trainingsgast, sondern da muss man wirklich sagen, in dem Jahr, da war ich dann so gut wie bei allen, wenn ich fit war, Auswärtsspielen dabei, Heimspielen dabei und bin regelmäßig eingewechselt worden. So richtig genießen in dem Moment konnte man es nicht, weil es wirklich auch, man weiß es ja als Fußballer, wie das ist in so einem Jahr, ein Spiel folgt aufs nächste und in dem Jahr ging es um den Klassenerhalt, wo wirklich sowieso immer viel Druck da ist. So richtig genießen konnte man es dann ab und zu mal, wenn so ein Spiel abgepfiffen wurde und man stand in so einem großen Stadion wie auf Schalke oder so und hat da dann gespielt und gedacht, wow, also hätte mir das vor fünf, sechs Jahren mal einer gesagt, dass du mal noch in solchen großen Stadien spielst, weil ich ja jetzt nicht in irgendwelchen NLZs unterwegs war und immer dieses eine Ziel verfolgt habe, Bundesliga-Profi zu werden. Ich habe dann ein Stück weit auch Glück gehabt, dass ich den Weg noch gehen konnte. Da steht man dann wirklich in diesen Stadien und kann es zum Teil nicht ganz fassen, aber es ist dann schwierig, das so richtig über ein Jahr hinweg zu genießen, weil wirklich ein Spiel aufs nächste folgt und immer die Drucksituation da war. Und man sich ja auch jede Woche wieder neu beweisen muss in so einem Kader, kann man sich ja vorstellen, da sind wahnsinnig viele Jungs dabei mit richtig viel Qualität und da muss man dann wirklich um seinen Platz kämpfen, Woche für Woche. Hast du da besondere Ereignisse noch im Kopf eingebrannt aus der damaligen Zeit? Du hast schon gesagt, du hast in der Arena auf Schalke gespielt, du hast im Berliner Olympiastadion gespielt, auch zu Hause gegen die Bayern. Dann auswärts habe ich gesehen, warst du nicht dabei in der Allianz Arena. Aber was ist dir da im Kopf geblieben? Ich saß auf der Bank in der Allianz Arena. Das ist natürlich ein Stadion, was einem sehr imponiert, wenn man da reinläuft und sich auf die Bank setzt und man fühlt sich sehr klein, wenn dann da wirklich das Stadion voll ist. So Momente, die einem in Erinnerung bleiben, sind natürlich, wenn man das erste Mal von Anfang an spielt und wirklich mal mit dem Einlaufkind an der Hand in so ein Stadion reinläuft. Das habe ich zum Glück erleben dürfen als Heimspiel und als Auswärtsspiel. Auf Schalke habe ich gespielt, in Wolfsburg habe ich von Anfang an gespielt und zu Hause auch gegen Wolfsburg. Natürlich der erste Einsatz im Berliner Olympiastadion. Da waren mein Papa und ein guter Freund von ihm auf der Tribüne gesessen. Die sind da kurzfristig morgens noch nach Berlin gefahren und dann hat es wirklich geklappt mit dem Einsatz. Und wir haben das Spiel noch auswärts gewonnen. Das war auch ein wahnsinnig wichtiges Spiel damals. Das war so ein Moment, wo ich mir noch sehr oft vor das geistige Auge rufen kann. Und natürlich das erste Tor in der Bundesliga. Ich habe zum Glück auch einmal getroffen bisher. Bei den 25 Einsätzen steht dann auch ein Tor dahinter. Das ist nochmal eine schöne Sache, die man erzählen kann, war irgendwann den Enkelkindern und natürlich so Spiele wie gegen Bayern München. Wir haben zu Hause gespielt, ich wurde zur Halbzeit eingewechselt und dann steht man da auf einer Seite mit Joshua Kimmich und damals war es Thomas Müller, der dann rechts offensiv gespielt hat. Der war dann ein direkter Gegenspieler? Das waren dann die zwei direkten Gegenspieler. Das ist dann schon surreal zum Teil, wenn man dann auf dem Platz steht und dann die da reden hört und man denkt so, okay, so fühlt sich das also an. Warst du noch interessiert an einem Tauschtrikot nach Spielende? Ich habe das Trikot mit Joshua Kimmich getauscht. Den kannte ich noch, weil er eben aus der Gegend ist. Er hat früher ja beim VfB gespielt, da haben sich ab und zu mal die Wege gekreuzt. Er hat mich sogar auch noch erkannt, das war wahnsinnig cool und hat mir dann nach dem Spiel sein Trikot gegeben. Dann allerdings, Flo, haben dich leider in der zweiten Saison einige Verletzungen ausgebremst. Erzähl mal, was kamen da alle so zusammen, damit du erst mal nicht aktiv sein konntest? Ja, also im Prinzip war es nur eine einzige Verletzung. Es war dem Sommer über, gab es einige Neuzugänge und ich wusste, dass es eventuell auch schwer werden könnte und ich hatte auch überlegt, vielleicht den Schritt woanders hinzumachen. Die Vorbereitung lief dann aber sehr gut und ich hatte dann mit dem SC zusammen besprochen, dass ich in Freiburg bleibe und alles gut ist und ich um meinen Platz kämpfen kann. Und das ging dann relativ gut los. Ich war die ersten Spiele sogar wieder im Kader, wurde aber nicht eingewechselt und dann auf einmal so ein Stechen in der Leistenregion, in der Bauchregion, wo keiner genau sagen konnte, wo das herkommt. Und das wurde dann irgendwann so schlimm, dass ich nicht mehr mittrainieren konnte und dann Pause machen musste. Und es gab nicht wirklich einen Erfolg konservativ und habe dann eine Operation gemacht. Und nach der Operation an der Leiste war es dann so, dass wirklich gar nichts mehr ging. Dann war es wirklich schlecht und ich wusste nicht genau, was ist das Problem und wo kommt das überhaupt her. Und die Verletzung hat mich dann wirklich, am Ende waren es anderthalb Jahre, wo ich nicht spielen konnte oder immer mal wieder sporadisch trainieren konnte. Ich habe viel probiert, alles Mögliche, ich war überall. Am Ende war es dann so, dass alle Leute zusammen das so ein bisschen hinbekommen hatten, dass es dann irgendwann wieder ging. Aber das hat mich dann am Ende wirklich anderthalb Jahre gekostet. Und dieses Jahr habe ich ja mit der gleichen Verletzung wieder zu tun gehabt. Also das war weg und kam dann wieder im Spiel damals in Ingolstadt, wo ich dann ausgewechselt werden musste, kurz nach der Halbzeit. Da war für mich in dem Moment schon so eine kleine Welt, die zusammengebrochen ist. Aber ich habe eben gemerkt, das ist wieder genau das Problem, was komplett weg war und was jetzt wieder da ist. Und das hat mich so lange, so viel Zeit gekostet und so viel Nerven. Da bin ich recht froh, dass ich wirklich jetzt nach kurzer Zeit schon wieder da stehen kann und sagen kann, ich kann schon wieder Fußball spielen. Also ich hatte persönlich mit einer längeren Ausfallzeit gerechnet und wusste aber vielleicht vom ersten Mal, was mir damals geholfen hat und konnte deswegen vielleicht so ein bisschen die Zeit verkürzen. Die körperliche Verletzung ist ja auch das eine. Die andere Seite ist ja das Mentale. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wie bist du damit umgegangen und wie sehr hat dich das auch wirklich mental beschäftigt? Also die mentale Komponente ist mindestens genauso eine große Komponente wie die körperliche Komponente. Das habe ich in der Zeit vor allem festgestellt. Davor waren es Verletzungen, die muskuläre Geschichten, die immer mal wieder vorkommen können, die einmal für zwei, drei Wochen raushauen und dann geht es aber wieder. Und das war dann wirklich eine Sache über anderthalb Jahre, wo dir niemand genau sagen konnte, was ist das Problem und wo kommt das her? Und ich habe dann wirklich, wie gesagt, viel probiert und war dann wirklich schon an einem Punkt, wo ich dann, ich hatte Zähne rausgemacht, ich hatte die OP gemacht, ich war überall und wo ich dann an einem Punkt da, wo ich gesagt habe, schaffst du es nochmal überhaupt zurück auf den Platz zu kommen und man sich dann schon Gedanken macht, was mache ich denn, wenn es mit dem Fußball nichts mehr wird? Ich hatte zwar Vertrag in Freiburg, das war mein großes Glück, weil sonst mit einer Verletzung und ohne Vertrag weiß ich nicht, ob man dann überhaupt nochmal Fuß gefasst hätte. Da bin ich sehr dankbar, dass ich noch Vertrag hatte und dass ich dort auch nie fallen gelassen wurde. Und ja, wie gesagt, die mentale Komponente ist mindestens eine genauso große Komponente wie die körperliche. Ich war sehr froh, dass ich dann in der Zeit einfach auch Leute um mich herum hatte, die das verstanden haben und die mir da sehr gut geholfen haben, meine Freundinnen, ob es Familie ist, Freunde sind, wo ich dann wirklich mal gesagt habe, wenn ich jetzt komme, ich möchte gar nicht über Fußball sprechen, weil dieses Thema einfach 24-7 in deinem Kopf drin ist und du bist ja nicht wie ein normaler Arbeitnehmer und nach dem Training stempelst du ab und am nächsten Tag kommst du wieder und bis dahin interessiert es dich nicht mehr, sondern das nimmst du mit nach Hause. Das ist bei jeder Bewegung, wenn du morgens aufwachst, ist das Erste, tut es noch weh oder tut es nicht mehr weh. Und dann merkst du, es tut noch weh und dann geht schon der Tag schlecht los. Also das ist schon, die mentale Komponente ist nicht so, sag ich mal, bekannt im Fußball, aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Du sprichst es gerade schon an, Flo, wenn man lange außer Gefecht gesetzt ist und sich wirklich, wie du sagst, auch mental wirklich viele Gedanken dazu macht. Denkt man da auch schon an einen gewissen Plan B beziehungsweise konkret gefragt, hattest du schon andere Möglichkeiten im Kopf, wo dein Weg hätte langführen können, außerhalb des Fußballgeschäfts? Also ich habe mich konkret damit beschäftigt, aber ich habe mich nicht für irgendeinen Weg entschieden oder sowas. Also ich habe klar geschaut, was könnte dir Spaß machen, auf was hättest du denn Lust. Zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, dann zur Polizei zu gehen. Da kann man überall studieren, da bist du trotzdem unter Leuten, bist du unterwegs. Ich bin jetzt niemand, der, glaube ich, sich alleine in ein Büro setzt und da irgendwie den Tag verbringt. So ein aktiver Typ. Genau, also so wie es jetzt in der Fußballmannschaft auch ist, im Team, mit anderen Leuten, vielleicht sogar an der frischen Luft ab und zu mal. Das ist schon das, was ich mir vorstelle. Ich habe das Glück, dass ich ein Abitur machen konnte, bevor ich dann damals nach Freiburg gewechselt bin. Von daher habe ich da zumindest einen Grundstein gelegt, auf den ich dann zurückgreifen könnte. Aber ich hatte trotzdem immer im Kopf mich dagegen gewehrt, zu sagen, ich will schon aufgeben. Sondern ich hatte immer diesen Willen, unbedingt das nochmal zeigen zu können, dass es geht und dass ich körperlich stabil sein kann und Fußball spielen kann. Wenn man dann, ich hatte es ja gesagt, dass ich immer mal wieder auch sporadisch mittrainieren konnte, da steht man auf dem Platz mit den Jungs, dann läuft die Trainings, dann reicht schon eine gute Trainingseinheit, wo man sagt, alles ist vergessen, ich will wieder dahin, ich will wieder dabei sein. Und daraus schöpft man dann so viel Motivation, dass es einen dann auch durch Phasen durchbringt, in denen es vielleicht nicht so gut läuft. Blicken wir nochmal auf deine Jugendzeit zurück, auf dein Elternhaus. Wie sah es da aus, Flo? Du hattest sicherlich auch schon, wie es viele Kinder haben, früh den Wunsch, Profifußballer zu werden. Wie sah es in deinem Elternhaus aus? Gab es da volle Rückendeckung? Oder haben die auch viel, viel Wert auf schulische Ausbildung gelegt, sodass du eher so einen klassischen Weg einschlägst? Ja, ich glaube, das war eine super Mischung. Zum einen, klar, war es sehr wichtig, dass ich die Schule fertig mache. Wollte ich auch unbedingt. Ich bin, wie gesagt, ich war ja in keinem NLZ oder sowas. Ich habe die ganze Zeit bei der TSG Barling bei meinem Heimatverein gespielt. Von der Jugend am Ende bis zur ersten Mannschaft. Habe dort noch anderthalb Jahre in der Oberliga gekriegt dann. Und es war so, dass ich parallel dann dort mit meinen Freunden einfach war, mein Abi machen konnte. Und dann habe ich mir aber immer gesagt, wenn ich nochmal nach dem Abi die Möglichkeit bekomme, den Weg zu gehen, dann will ich es auf jeden Fall probieren. Aber ich habe mich davor nie in der Situation gefühlt, zu sagen, ich möchte weg von zu Hause. Ich möchte in so ein NLZ, obwohl es die Möglichkeit gab. Also ich war dort immer mal wieder in Kontakt mit auch Bundesliga-Mannschaften, habe auch immer mal wieder irgendwo mittrainiert. Das kam hauptsächlich zustande durch die WV-Auswahl, in der ich damals mitgespielt habe, als einer der wenigen, die nicht in einem großen Bundesliga-Verein gespielt haben. Und dann ist ja klar, wenn die Leute dann sehen, ah, der spielt in Baling, den müssen wir mal einladen, müssen wir mal anschauen. Ich habe mich aber nie in der Situation gefühlt, eben um zu sagen, ich will weg von zu Hause, ich will das alles auf eine Karte setzen. Sondern ich habe gesagt, mir macht es hier wahnsinnig viel Spaß zu spielen in Baling. Wir hatten da einen richtig coolen Jahrgang, eine richtig coole Gruppe, mit der wir immer oben mitgespielt haben, mit der wir in der A-Jung dann auch den Bundesliga-Aufstieg geschafft haben damals. Das war so ein verschworener Haufen. Und ich hätte das nie geschafft, glaube ich, dort wegzugehen. Aber ich habe mir gesagt, wenn die Möglichkeit kommt nach dem Abi, dann probierst du das. Und das war eben das Glück, was ich auch hatte, was man dann am Ende aber auch, glaube ich, braucht. Dass der SC dann damals gesagt hat, komm mal zu uns, trainier mal mit, wir wollen uns das mal anschauen. Und dann war relativ schnell klar, ich wusste eh noch nicht, will ich studieren, was will ich machen, dass ich das probieren will. Früher, wenn man noch zwei Jahre zum Bund, habe ich mir gedacht, dann unterschreibe ich den Zwei-Jahres-Vertrag und probiere es einfach mal. Und dass es jetzt am Ende erst mal bis hierhin gereicht hat, ist wahnsinnig cool. Und ich kann ja schon auch auf ein paar Sachen zurückblicken. Jetzt machen wir mal einen größeren Sprung. Barlegen, SC Freiburg und 1. FC Magdeburg. Jetzt bist du wieder hier als Leihspieler im Sommer zum zweiten Mal zum FCM gekommen. Was war im vergangenen Sommer Ausschlaggebend und was waren deine Ziele, mit denen du hergekommen bist? Also ich war immer eigentlich im Kontakt mit dem FCM. Auch jetzt nicht in dem Jahr vielleicht, wo ich so viel Bundesliga gespielt habe, aber danach, als es vielleicht nicht mehr so rund lief, war ich trotzdem immer in Kontakt mit dem FCM. Ich habe die Spiele verfolgt, ich hatte Kontakt zu Spielern, zu Verantwortlichen. Immer mal wieder ist man einfach in Kontakt getreten, um sich auszutauschen, wie ist die Situation. Und für mich war immer klar, wenn es irgendwann die Situation gibt, wo es für mich und auch für den FCM Sinn macht, das nochmal zu machen, dann will ich das unbedingt machen. Dann gibt es für mich da in der Liga auch keine Alternative. Und dann war ich eben damals mit dem Herr Kalnick, da war der Herr Schorker noch nicht da, in Kontakt. Und das hat sich aber über einen längeren Zeitraum gezogen, weil eigentlich nicht wirklich ein Platz frei war, um noch was zu machen. Man hat es ja auch in den Medien gelesen. Ich war im Sommer in Kontakt mit dem KSC. Da war eigentlich schon auch relativ alles fix. Das hat am Ende nicht geklappt. Das sind einfach wilde Zeiten, gerade mit Corona. Und dann ging das relativ kurzfristig, weil damals der Anthony Roststein, ist es glaube ich gewesen, noch gewechselt ist nach Mannheim, ist ein Platz frei geworden. Und dann hat mich der Mario Kalnick angerufen und hat gesagt, hast du Lust, kannst du es dir vorstellen? Und ich habe sofort meine Sachen gepackt und habe gesagt, ich komme. Das war dann ein Tag, bevor das Transferrenz geschlossen hat. Vertrag, das machen wir alles, kein Problem. Ich komme, ich will unbedingt hier hoch. Und das hat dann auch zum Glück funktioniert. Und dann war ich am nächsten Tag eben hier gesessen, im Hotel und habe es wirklich, das ging alles so schnell und dann stand ich schon auf dem Platz und ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, wieder hier zu sein. Der FCM war ja auch in einer schwierigen Situation. Ich wollte unbedingt helfen, wusste aber, dass ich noch aus einer längeren Verletzungsproblematik komme. Ich war fit, aber eben noch nicht in dem Rhythmus, wie ich hätte sein können oder nicht die beste Verfassung, die wäre möglich gewesen. Und ich wusste, dass es eventuell auch mal schwierig werden könnte, aber ich wollte es unbedingt. Und es ging ja dann auch relativ schlecht los mit der Verletzung, die ich dann hatte, mit der muskulären. Und bei uns als Team lief es am Anfang auch nicht so gut und deswegen bin ich umso froher, dass es jetzt so aktuell ist, wie es ist. Ich freue mich über jedes Spiel, wo ich auf dem Platz stehen kann, jede Trainingseinheit, wo ich auf dem Platz stehen kann. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit den Jungs und so kann es sehr gerne weitergehen jetzt. Du sprichst es gerade schon an. Wir haben uns natürlich tierisch gefreut, dass unser Flowcard zurück ist in Magdeburg. Ja, aber die ersten Monate waren nicht leicht. Sportlich lief es erstmal weniger gut und auch für dich persönlich nicht ganz so nach dem Wunsch, denke ich mal, mit einigen Verletzungen. Wie hast du die ersten Monate hier wahrgenommen? Wie nachdenklich hatte ich diese Zeit, auch die Anfangszeit, jetzt bei deinem zweiten Mal FCM gemacht? Wahnsinnig nachdenklich. Also ich habe das schon, das kann man glaube ich so ehrlich sagen, wie das ist. Dieses Jahr habe ich schon auch so gesehen, darum zu kämpfen, dass die Profikarriere weitergeht. Also wenn man mal anderthalb Jahre kein Spiel gemacht hat oder wenig Spiele bis auf Testspiele und vielleicht auch mal in der zweiten Mannschaft ausgeholfen hat, aber wirklich keine nennenswerten Pflichtspiele über anderthalb Jahre hinweg, dann wird einem schon relativ schnell bewusst, jetzt noch durch die ganze Corona-Situation, da stehen die Vereine nicht lange, die dich verpflichten wollen. Und ich wollte unbedingt zeigen, dass ich noch drauf habe, das Niveau zu spielen. Und daher habe ich das schon so ein bisschen auch als Kampf einfach darum gesehen, dass es weitergeht, dass ich mich noch nicht mit anderen Dingen beschäftigen muss. Und wenn man dann hier sitzt und schon wieder ausfällt, aus den genannten Gründen, dann fängt man natürlich wieder an zu denken, macht das noch Sinn? Schaffst du das nochmal? Wollen die überhaupt noch, dass du das nochmal hinkriegst? Und dann braucht es eben wieder diese Ereignisse, wo du auf dem Platz stehen kannst, diese drei, vier Spiele, wo ich dann machen konnte, wo wir hier zu Hause gegen Bayern 2 gewonnen haben, wo du auf dem Platz stehst und es gut läuft und du merkst, du willst das unbedingt. Und dann kannst du auch wieder so eine Phase überbrücken, in der es nicht so gut läuft, wo du vielleicht wieder eine kleine Blessur hast oder vielleicht vom Trainer mal nicht berücksichtigt bist. Das ist einfach so. Du brauchst immer wieder diese kleinen Ereignisse, die dir dann zeigen, du willst das unbedingt. Und das gibt dir dann wieder so einen Schub, dass du dann eben wieder durch solche Zeiten durchkommst, in denen es nicht so gut läuft. Und das hatte ich jetzt dieses Jahr wieder, so ein Auf und Ab. Und jetzt stehe ich aber momentan wieder an einem Punkt, wo ich sage, es macht wieder wahnsinnig viel Spaß. Ich will das unbedingt. Und ich habe, glaube ich, auch nachweisen können, dass ich auf dem Niveau noch mitspielen kann. Von daher hoffe ich, dass es jetzt einfach so weitergeht, wie es jetzt aktuell läuft. Von den Ereignissen, von denen du gerade sprachst, gab es ja in letzter Zeit wirklich viele. Ja, ein Glück. Es läuft wieder besser bei uns. Wir haben die Klasse schon vorzeitig erhalten können. Wenn wir jetzt mal zurückblicken auf die elf Spiele, die wir jetzt ungeschlagen sind. Du hast auch zunehmend Einsatzzeiten bekommen, gerade in den letzten Wochen. Wie zufrieden bist du da mit dir selbst? Ja gut, also mit sich selbst sollte man nie ganz zufrieden sein. Ich glaube, die ersten Spiele, die ich gemacht habe, auch unter dem Trainer, da war immer Luft nach oben. Ich erinnere jetzt nur mal an das erste Spiel gegen Verl, wo wir hier zu Hause relativ chancenlos waren. Also ich glaube, da kann keiner dann am Ende mit sich zufrieden sein. Aber es war bei mir persönlich, glaube ich, so ein Stückweise wie auch bei der Mannschaft. Es hat seine Zeit gebraucht, um die neuen Sachen anzunehmen. Und dann hat man einfach so bei jedem so ein bisschen eine persönliche Entwicklung gemerkt und auch als Mannschaft so eine Entwicklung gemerkt. Ich glaube, da kann jeder bei sich selbst und bei der Mannschaft Parallelen ziehen. Weil davor, wenn du so lange da unten drin stehst, ich glaube, da spielt keiner so, dass er mit sich zufrieden ist. Weil wenn dann fünf, sechs mit sich zufrieden wären, dann könnte es nicht sein, dass wir so weit da unten drin stehen. Von daher, klar ist man erst zufrieden, wenn man dann wirklich eine Phase hat, wo es gut läuft. Aber selbst dann darf man natürlich nicht zufrieden sein. Ist ja logisch. Kurz nochmal zur Zusammenarbeit mit Cheftrainer Christian Tietz. Wie sieht die aus und wie würdest du ihn beschreiben als Trainer? Ja, am Anfang war es für alle, glaube ich, sehr neu. Die Idee, die er mitbringt vom Fußball. Er hat eine klare Idee. Das finde ich persönlich immer super, wenn jemand seinen Plan verfolgt. Auch egal, wenn es mal ein, zwei Spiele nicht so läuft, dass man daran festhält. Weil nur so kann sich, glaube ich, dann am Ende was entwickeln. Und ich ziehe da immer ganz gern Parallelen zu meiner Zeit am Anfang in Freiburg. Wenn ich das jetzt bei mir selber und dann auf die Mannschaft übertragen kann. Und als ich da hinkam, die ersten fünf, sechs Wochen hat sich das so angefühlt, als hätte ich noch nie Fußball gespielt. Dann kommst du von Barling nach Freiburg und du weißt gar nicht, von was sie da im Training reden. So viele Fragezeichen im Kopf. Man will dann alles umsetzen, was der Trainer einem sagt. Und ist mit den Gedanken eigentlich nur bei der Taktik und bei dem, was die sehen wollen. Und wenn man den Ball bekommt, sind so viele Fragezeichen im Kopf, bis man überlegt hat, was man damit machen will, ist er auch schon wieder weg. Und dann braucht es diese Trainingseinheiten und diese Zeit, um so Automatismen einfach festzulegen. Je öfter man das macht, irgendwann überlegt man dann gar nicht mehr, sondern macht automatisch das, was in dem Moment das Richtige ist. Und ich glaube, das hat man jetzt die letzten Spiele gesehen, dass das schon ein Stück weit eine Einheit auf dem Platz ist, wo jeder weiß, was gleich als nächstes passiert, wo die Laufwege stimmen, wo die Passwege stimmen, wo einfach ein großes Ganzes ist, was gut zusammenpasst. Und das habe ich jetzt eben das zweite Mal so in der Form erlebt, dass man am Anfang ein paar Fragezeichen hat und dann aber über die Wiederholung und die Automatismen dann irgendwann so ein großes Ganzes draus wird. Flo, wir sind schon fast am Ende mit unserem ersten Teil von Blauwiss Interviewt. Abschließend noch eine Frage an dich. Könnte es denn sein, dass wir dich in Zukunft noch beim ersten FC Magdeburg sehen, beziehungsweise könntest du dir das vorstellen, auch künftig noch weiter für uns zu spielen? Ja, die Vertragslage ist ja so, dass ich aktuell ausgegeben bin. Ich habe noch Vertrag in Freiburg, mit denen muss ich jetzt die Vertragslage im Sommer erst mal klären. Was haben die mit mir vor? Gibt es dort überhaupt eine Zukunft für mich? Und wenn die ganzen Fragen geklärt sind, dann kann man sich damit beschäftigen, was man machen möchte. und es ist kein Geheimnis, dass ich mich sehr wohl fühle hier, dass es für uns als Team sehr gut läuft und ich sehr viel Spaß hier habe, einfach Fußball zu spielen und ich mir deswegen natürlich sehr gut vorstellen könnte, länger hier in Magdeburg zu bleiben. Es ist ja irgendwie, würde ja auch ein Stück weit zu mir passen. Ich bin jetzt niemand, der in seiner Vita sehr viele Vereine hat. Von daher ich fühle mich sehr wohl hier. Das ist für mich ein wichtiger Faktor und wenn das im Sommer so ist, dass uns alles zusammenpassen könnte, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, länger hier zu bleiben. Flo, das waren schöne abschließende Worte von dir. Vielen Dank für deine Zeit. War sehr angenehm und interessant mit dir. Besten Dank für dich. Alles Gute in der Zukunft und wir sehen uns gleich noch zum zweiten Teil mit Kurz und Knackig. Sehr gerne. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.